Wie viel Potenzial steckt aktuell wirklich in Cardano und solltest du den ADA-Coin auch im Jahr 2023 überhaupt noch kaufen? Wir beschäftigen uns heute intensiv mit Cardano und schauen dabei wie immer auf die Zahlen und Fakten und vor allen Dingen beschäftigen wir uns auch mit den kritischen Stimmen zu diesem Projekt. Denn es gibt einige Punkte beim Thema Cardano, die einfach häufig ignoriert werden und da bringen wir heute einfach mal Licht ins Dunkle. Falls du an dieser Stelle noch nichts von Cardano gehört hast, lass mich kurz erklären, was Cardano überhaupt ist. Der Claim von Cardano ist eigentlich relativ einfach, making the world work better for all. Also, Cardano ist eine dezentralisierte Open-Source-Blockchain-Plattform, die auf einem wissenschaftlichen Ansatz basiert. Sie wurde von dem Bekannten Charles Hoskinson und Jeremy Wood gegründet und im Jahr 2017 gestartet. Ganz einfach gesagt, Cardano ist nichts anderes als eine Ethereum-Alternative. Cardano verwendet also den Proof-of-Stake-Konsensmechanismus, der energieeffizienter und skalierbarer als der Proof-of-Work-Konsensmechanismus ist, der zum Beispiel bei Bitcoin verwendet wird. Das Projekt wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen. Darunter dezentrale Finanzen, Smart Contracts, aber auch Identitätsmanagement, Supply Chain Management. Die Plattform ist also noch in der Entwicklung, aber sie hat bereits eine Reihe von DApps, also sogenannten dezentralen Anwendungen, unterstützt. Darunter unter anderem Cardano Stakepool, Cardano Native Tokens und Cardano Dex. Cardano ist also auf den ersten Blick eine vielversprechende Blockchain-Plattform mit einem erfahrenen Team von Entwicklern, einer soliden technischen Grundlage und einer wachsenden Community. Doch es gibt auch eindeutige Schwächen und auch die werden wir uns heute ansehen. Nun, da wir aber ein kleines Verständnis dafür haben, was Cardano eigentlich ist, taucht natürlich auch die Frage auf, warum in den letzten Jahren so viele Menschen in Cardano investiert haben. Unter anderem auch ich. Meiner Ansicht nach gibt es zwei Hauptgründe dafür. Grund Nummer eins. Cardano hat seit seiner Einführung stets eine Platzierung unter den Top 50 Kryptowährungen eingehalten. Obwohl der ADA-Token eine Zeit lang einen Abwärtstrend folgte, behauptete sich ADA immer noch auf dem achten Platz, laut Marktkapitalisierung von etwa 10 Milliarden US-Dollar. Des Weiteren haben wir natürlich sehr bekannte, große Profile von Cardano, unter anderem natürlich auf Twitter. Unter anderem haben wir hier zum Beispiel die Cardano Foundation mit bereits 840.000 Followern. Die Community an sich zählt bereits 1,3 Millionen Follower, ist also unglaublich aktiv. Und was natürlich auch wichtig ist, ist die Anzahl der Adressen. Also wie viele Leute haben, besitzen Cardano? Und hier haben wir auch eine richtig hohe Adresse, also bei Messari, wenn du das bei Messari eingibst, kommst du hier auf 4,4 Millionen Adressen, die aktiv sind bei Cardano. Und das ist natürlich auch eine hohe Aktivität. Das bringt uns direkt zu Grund Nummer zwei. Cardano zählt zu den sogenannten Blue-Chip-Kryptowährungen, zu denen auch Bitcoin und Ethereum gehören. Das sind also die großen Player im Markt. Und obwohl das Cardano-Projekt im Vergleich zu anderen Blockchain-Projekten langsamer voranschreitet, genießt es seit Jahren eine loyale und starke Fangemeinde. Dies verleiht Cardano eine solide Basis für starkes Wachstum, wenn der Markt wieder bullish wird. Werden also positive Nachrichten höchstwahrscheinlich einen bedeutenden Einfluss auch auf den ADA-Preis haben. Aus enthusiastischer Perspektive klingt Cardano jetzt bisher eigentlich nur positiv und es scheint also nichts dagegen einzuwenden, in ADA zu investieren, oder? Naja, Moment mal, zu diesen Punkten kommen wir jetzt. Auf meinem Kanal berichte ich ja stets objektiv und ich muss betonen, dass Cardano auch einige Herausforderungen gegenübersteht, die es zu bewältigen gilt. Die brechen wir jetzt auf. Hier zeige ich euch einen ganz kurzen Bericht vom CoinKurier und da geht es nämlich darum, dass das Cardano-Netzwerk, das angeblich so unglaublich schnell sein sollte, laut Charles Hoskinson aktuell richtig große Probleme hat und Swaps 30 Minuten braucht. Das bedeutet, wenn du eine dezentrale Börse nutzen solltest, auf die auf Cardano basiert, dann dauert es eben entsprechend 30 Minuten, bis ein sogenannter Trade, so eine genannte Transaktion durch ist, was unglaublich lange ist. Und wenn man dann darüber nachdenkt, dass Cardano als sogenannter Ethereum-Killer bezeichnet wird, da muss man dann schon sagen, hm, 30 Minuten für eine Transaktion für einen sogenannten Ethereum-Killer, das ist schon sehr, sehr krass. Denn die Geschwindigkeit der Transaktionsverarbeitung ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Blockchain-Netzwerks. Und sind wir mal ehrlich, Charles Hoskinson, der Gründer von Cardano, hat behauptet, dass Cardano möglicherweise eine Million Transaktionen pro Sekunde abwickeln könnte. Doch schauen wir uns die Realität an, sieht die komplett anders aus. Die Geschwindigkeit der Transaktionsverarbeitung ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines jeden Blockchain-Netzwerks. Und das Versprechen, eine Million TPS zu erreichen, positionierte Cardano als potenziellen Disruptor in dieser Branche. Allerdings hat sich die Umsetzung dieses Leistungsmaßstabes in der Praxis als anspruchsvolle Aufgabe erwiesen. Die aktuelle Swap-Zeit von eben entsprechend 30 Minuten offenbart eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen den theoretischen Fähigkeiten von Cardano und der praktischen Umsetzung. Das bedeutet, die PS kommt eigentlich noch gar nicht richtig auf die Straße an und alles andere ist bisher nur Theorie. Kommen wir zur Herausforderung Nummer zwei. Und das hat mich zum Beispiel persönlich selbst getroffen. Eines der führenden Stablecoin-Projekte auf Cardano stellt plötzlich seine Entwicklung ein. Adana, also ein führendes Dezentralisierungs-Finanzdienstleistungsprogramm, ein Defi-Programm und erfolgreiches Stablecoin-Projekt auf Cardano, hat vor ein paar Monaten überraschend die Entwicklung komplett eingestellt. Und als Grund wurden Unsicherheiten bei der Finanzierung und dem Zeitplan angeführt. Was aber viel spannender ist, ist der Wortlaut der Begründung. Der erweckt nämlich meiner Meinung nach ein bisschen Aufmerksamkeit. Die Entwicklung auf Cardano gestaltet sich schwierig, da beträchtliche Mittel in Tools, Infrastruktur und Sicherheit investiert werden müssen. Hinzu kommt die Unsicherheit mit Zug auf die Weiterentwicklung, was uns jetzt dazu veranlasst hat, die Entwicklung von DUSD einzustellen. Und ja, in Folge dessen hat natürlich die Adana-Kryptowährung im Laufe des letzten Jahres einen massiven Einbruch von 99,85% erlebt. Das sollte jetzt an dieser Stelle keinen Wunder. Was mich an dieser gesamten Thematik so ein bisschen ärgert, tatsächlich als ehemaliger Cardano-Investor, ist ganz einfach, dass so lange schon theoretische Aspekte versprochen werden, die nicht geliefert werden. Und das heißt, diese Laufbahn von Bekanntwerden, Cardano und Ethereum-Killer und so weiter und die Versprechen von so und so viel TPS und so und so vielen Sachen und der dezentralen Exchange und dies und das wird einfach schlichtweg nicht eingehalten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Projekt habe, in das ich investieren möchte, in das ich langfristig investieren möchte und einfach sehe, dass da über die Zeit nichts passiert, beziehungsweise Roadmap-Punkte nicht eingehalten werden, beziehungsweise es einfach super, super lange dauert, bis diese PS eben entsprechend auf die Straße kommen, dann sage ich ganz ehrlich, ist das ein Projekt, wo ich Bedenken habe. Am Ende sind das alles nur Versprechungen, die nicht eingehalten werden können. Lass uns also den nächsten Step bei Cardano etwas tiefgründiger analysieren. Fangen wir also mal mit den aktiven Wallet-Adressen an. Das heißt, was ich mir jetzt hier reingenommen habe, sind die aktiven Wallet-Adressen täglich. Und da ist es aktuell so, dass wir bei Cardano gerade mal bei 31.800 täglichen Wallet-Adressen sind, die Zugriff haben. Bei Bitcoin sind es schon 702.000 und bei Ethereum sind es 290.000. Das heißt, hier wird ganz, ganz krass klar, wie weit Cardano von den aktiven Adressen weg ist, im Gegensatz zum Beispiel zu Ethereum. Kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, wie du ein Blockchain-Netzwerk auch bewerten solltest. Und zwar den Total Value Locked, kurz TVL. Wenn dir das noch nicht sagt, ich werde es dir kurz erklären. Der Total Value Locked ist eine entscheidende Kennzahl zur Bewertung eines Projekts. Unter anderem aber auch im Bereich dezentrale Finanzen. Das bedeutet, dieser Wert, dieser TVL-Wert, bedeutet den Gesamtwert aller eingeschlossenen Vermögenswerte in sogenannte Protokolle. Bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel ein Ethereum- oder ein Cardano-Protokoll hast, gibt es dort ja verschiedene Sachen, die man dort mit diesem Protokoll machen kann. Zum Beispiel Staking. Das heißt, jemand gibt seine Coins in ein Staking-Protokoll und dort sind sie eingeschlossen. Für eine bestimmte Zeit hat er eben entsprechend keinen Zugriff darauf. Das zeigt das Vertrauen in ein solches Protokoll. Und dementsprechend können wir sagen, je höher die TVL ist, desto höher ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das Vertrauen in eben entsprechend ein solches Projekt. Hier arbeiten wir jetzt aktuell mit den neuesten Daten. Das heißt, die werden alle 15 Minuten auch aktualisiert. Und dann haben wir hier den Total Value Locked von eben entsprechend aller Kryptowährungen. Das heißt natürlich nichts verwunderlich. Bitcoin ist oben dran, Ethereum ist oben dran. Was aber auch krass ist, dass Cardano auf Platz 4 ist. Was mir also sofort am TVL auffällt und worüber ich mir auch große Sorgen mache, ist, dass die Konkurrenten von Cardano ein Vielfaches der TVL im Vergleich liegen haben. Das heißt, wir haben hier bei Cardano gerade mal eine Summe, klar ist das nicht wenig Geld, aber 156 Millionen im Gegensatz zu zum Beispiel Ethereum mit 21,4 Milliarden. Oder allein schon BNB hier mit 2,87 Milliarden. Und das ist etwas, was mich, ja, was tatsächlich richtig, richtig krass ist, wenn man sich das mal auch an den Gegensätzen anguckt. Ja, auch Tron selbst hier mit 5,01 Milliarden und selbst Solana mit 283 Millionen. Deutlich über dem Wert, was Cardano reinbringt. An diesem Punkt habe ich mir eigentlich gedacht, bringe ich nochmal eine Chartanalyse mit rein. Aber ganz im Ernst, die fundamentalen Daten überwiegen in diesem Moment einfach so krass, dass es meiner Meinung nach einfach auch gar keinen Sinn macht, jetzt den technischen Aspekt noch mit reinzunehmen. Denn eine Investitionsentscheidung bedient sich der fundamentalen Werte der fundamentalen Daten. Das sind natürlich nur ein paar Punkte, auf die wir eingehen. Es gibt deutlich mehr, die wichtig sind für eine richtig gute Analyse. Aber an diesem Punkt, wenn ich solche Projekte miteinander vergleiche, dann muss ich ganz klar sagen, schneidet hier Cardano einfach anhand der anderen Projekte nicht gut genug ab. Weswegen es jetzt auch für mich komplett irrelevant ist, wie der Kurs aktuell aussieht. Natürlich kann man Cardano immer noch traden, aber zum Investieren würde ich es aktuell nicht mit reinnehmen. Stellst du dir vielleicht auch die Frage, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders oder sowas. Das heißt, Frage an uns alle, sollte man in Cardano investieren oder nicht? Hier gibt es vor allen Dingen meiner Meinung nach drei Faktoren, die zumindest meine Entscheidung deutlich beeinflussen. Trotz der treuen und wachsenden Cardano Community sehe ich drei Faktoren, die mich davon abhalten, in Cardano zu investieren. Als erstes hätten wir Versprechen und Ziele, werden häufig nicht eingehalten oder verzögern sich deutlich länger als geplant. Hierbei sind die Konkurrenten oft deutlich schneller. Faktor Nummer zwei haben wir uns gerade angeguckt. Das TVL ist massiv geringer im Vergleich zu den meisten Konkurrenten. Das bedeutet, dass zwar viele ADA-Investoren vorhanden sind, aber nur wenige Cardano als DeFi-Netzwerk ansehen bzw. das Protokoll wirklich nutzen, dem sie eben entsprechend auch ihre Vermögenswerte anvertrauen. Das lässt mich vor allem am Nutzen und Mehrwert von Cardano zweifeln. Faktor drei. Cardano ist einst als Ethereum-Herausforderer gestartet, doch seit vielen Jahren versucht es eher, die Lücken zu Ethereum zu schließen. Leider gelingt dies nicht so gut, wie Sie sich das gerade vorstellen. Stattdessen wird die Lücke immer größer und anstatt nach vorne zu schauen, muss Cardano auf die Konkurrenz im Nacken achten, da immer mehr Projekte anderen Netzwerken folgen. Aus diesen Gründen habe ich mich klar gegen ein Investment entschieden. Achtung, das muss jetzt aber nicht heißen, dass man mit Cardano keine Rendite mehr erzielen kann. Dennoch sehe ich bei anderen Projekten in derselben Nische einfach deutlich mehr Potenzial und damit auch bessere Renditechancen. Und das ist eigentlich auch alles, was du verstehen musst. Ich sehe es also als einfacher an, einen Coin in derselben Nische zu finden, der Cardano ist, als mit Cardano selbst Rendite zu erzielen. Denn sind wir doch mal ehrlich. Klar wäre es schön, wenn man unzählige Coins im Portfolio haben könnte. Aber wir haben zwei limitierte Faktoren. Geld und Zeit. Und aus diesem Grund muss man, wenn man erfolgreich investieren möchte, rationale Entscheidungen treffen. Dafür braucht man aber natürlich auch ein klares Regelwerk. Denn du wirst immer wieder entscheiden müssen, nehme ich Coin A oder B ins Portfolio. Und du möchtest dich auch nicht abhängig machen von Videos wie diesem, sondern eigenständig Entscheidungen treffen können. Und wenn du nun sagst, ich bin bereit, meinen eigenen Kopf zu nutzen, ich will selber wissen, wie man in Kryptowährungen investiert und damit zum Beispiel ein zweites Standbein aufbaut, dann lade ich dich zu einem kostenfreien Strategiegespräch ein. Dafür kannst du dir einfach auf www.cryptview.de einen Termin buchen oder bei dem Link unterhalb dieses Videos. Bis bald!